Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer wohltuenden Rücken-Yoga-Einheit, die ihr jederzeit vollführen könnt. Kommt mit, ich zeige euch meine Morgen- und Abendroutine an einem wunderschönen Ort. Lasst uns den Rücken geschmeidig machen, geschmeidig und fließend, wie Wasser. Komm an den Anfang deiner Yoga-Matte. Mit dem Einatmen zieh die Hände über den Kopf, greife einmal dein Handgelenk und zieh dich nach rechts und nach links. Pistolengriff, ausatmen, mach eine kleine Rückbeuge. Einatmen und ausatmen, gerade Rücken nach vorn in eine gerade Ebene. Bring die Hände zu den Seiten, komm auf einen imaginären Stuhl und hoch. Greif dein Handgelenk, zieh dich zur Seite und zur anderen Seite. Einatmen in die Mitte, Pistolengriff, ausatmen, kleine Rückbeuge. Einatmen, komm wieder nach oben und in eine gerade Ebene nach vorn. Bring die Hände zu den Seiten, setz dich in deinen imaginären Stuhl, zieh dich hoch. Und dann greif wieder dein Handgelenk, zieh dich zu den Seiten. Einatmen, komm in die Mitte, Pistolengriff und eine Rückbeuge. Geh nur so weit, dass du weiter atmen kannst. Und dann komm wieder nach oben in die Vorbeuge, gerade Rücken. Halte und bring die Hände zu den Seiten, setz dich in deinen Stuhl und komm hoch. Noch eine Runde zur Seite in den Halbmond und zur anderen Seite. Einatmen in die Mitte, ausatmen, Rückbeuge. Beuge, halte und komm nach oben, direkt in die Vorbeuge mit geradem Rücken. Und nun bring die Hände zu den Füßen, beuge und strecke deine Beine. Beuge und strecke, beuge und strecke. Und dann komm nochmal nach oben in den imaginären Stuhl. Hände zu den Seiten, vor das Herz und nochmal nach unten. Ungefähr eine Unterarmlänge entfernt von dir abstellen. Komm in die Planke. Und dann tauch ein in den herabschauenden Hund mit den Knien in der Höhe. Tauch auf in den herabschauenden Hund. Und dann tauch nochmal ein in die Planke. Hebe dein rechtes Bein. Hebe das linke Bein. Und dann mal davor in einen starken Krieger. Rechtes Bein ist vorn gebeugt, linkes hinten gestreckt. Schau nach vorn. Halte die Position. Und windmühlenartig klappen wir ein auf die andere Seite. Linkes Bein ist gebeugt, rechtes gestreckt. Arme ganz gerade. Schau nach vorn. Bring die Hände zum Boden. Wander mit deinen Füßen zusammen. Und dann tauch nochmal auf. Greife deine Handgelenke. Komm in die Halbmondposition wie zu Beginn. Pistolengriff. Einmal eine Rückbeuge. Und dann komm nach vorn. Tauch in die Vorbeuge. Setz dich in deinen imaginären Stuhl. Komm nach oben. Und dann hast du es geschafft. Dein Rücken fühlt sich nun sicher sehr, sehr geschmeidig. Du hast einmal deine ganze Wirbelsäule flüssig gemacht, die Bandscheiben ernährt. Und mit dieser Energie geh nun in den Tag. Ich gehe nun nach Hause. Es ist schon Abend geworden. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis bald. Eure Miri. Tschüss.